hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu seven days to die eine weitere folge jeder ist da viel spaß bei der nächsten folge und im nächsten leben das ist echt ohne scheiß ach ja jedes mal was zuschauer gesagt wo ist wo sie ist tot okay mittlerweile ist der buch ist ein killer ich mache fast 400er bögen alles cool nehme ich gerne ein kostet ich aber was kannst du mir eine reine haben wenn du willst du kannst du mir anbieten fahren wir mal so das können wir jetzt hier nicht machen das ist gefährlich genau gucken auch kinder 20.000 abonnenten da können wir so in die richtung weißt du oh gott das war hart daneben was ist denn heute los ich würde jetzt ganz bei klapp machen ich habe doch so gute skills wenn die man stahl dabei zu wellig zufällig habe ich dann gibt mir mal dann könnte ich bei mir habe ich nicht habe ich nicht das war nur zufällig habe ich nicht nägeln einzelne nagel ist auch quatsch oder weil wir ziehen ja davon x aus der den einzelnen nagel nageln also eine sonnenbrille wie niemand ja ab ihn auf bitte screppen minja screptet alle twitter bullet casings 45 wenig hier gehen wir an den cooler ran wo ist cooler eingelegt hier an den cooler vom zelt i am much cooler tablette juhu noch mal drei was mich denn immer die geschichte kostet mich dann power ohne ok das mit orange waffen parts mache ich kleine ist ja nur so scheiße hier was ist denn hier mit dem mit dem blut ding star visa noch mal was ist los mit ihnen wo war eigentlich der weg von dem wir gerade abgekommen sind ja der war richtung westen genau da wo du bist ab wann kann man auf den quality show gehen sehen und dann wieder 20 diese schritten immer eigentlich nach ja wo hier ist was die für einen von den sollen egal ob bei nächster 아주 wichtig der ist mir ich glaube ich glaub ich könnte ihn eigentlich mal probieren das kann ich dir was ja alles gut Red weiter. Nee, mach weiter. Jetzt ist er gerade ruhig. Alles gut. Guten Tag. Dürfte ich Sie bitten, diesen Pfeil entgegenzunehmen. Als Zeichen unserer Wertschätzung. Danke. Wir kommen in Frieden. Der Pfeil ist ein Geschenk der Freundschaft. Häng Sie sich um den Hals. Das war blöd, was für den Pfeil noch gut ist. Tötest du ihn? Tötest du ihn? Ja. Oh, das war ein Kopf. Hast du das gesehen? Einfach so. Mann, Mann, Mann. Ich bin auch wirklich der Killer. Verdammte Scheiße. Hüpf. Verdammte Scheiße. Shemway Food? Eigentlich ist es Quatsch, weil wir haben hier noch Food. Wie Minjas behauptet. Ja, jetzt komm. Mach mal nicht so rum. Ja, jetzt warte. Was hat er eigentlich hier gekriegt? Ein Skillpunkt und ein Skillpunkt für Bonus. Sollte ich nicht richtig haben. Punkt sind Skillpunkte. Erstmal das Geschwür eröffnet, damit der Heiter rauskommt, wa? Jo. Wieso kann ich denn das? Das ist doch weg. Ja, auch wie? Wie ist ja nicht. Mein Inventar ist ziemlich voll. Ja. Und kann da eigentlich nicht noch weiteren Stoff hier tragen. Ja, es geht noch. Also ich hab ein paar Plätze frei. Dann kick mal. Mach mal hier draußen. Ja, ich weiß. Ich hab Hunger. Noch ein bisschen leveln. Ich mach die Kühlschränke leer. Ich verstehe nicht, warum mein Archery nicht höher wird. Eigentlich so. Lichterchen. So ist fein. Das ist doch nett. Pop, 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 das, Junge. Na, jetzt haben wir's. Ich geh mal auf das Gucken, ne? Gut. Ja. Ne, du. Ne. Mauer. Okay. Die legen sich jetzt einfach nur noch so hin, die Zombies. Oh. Meets you. Nice. Nice. Hat jemand grad Hunger, oder? Äh, nee. So ist Farming-Gamer-Gerde. Seh grad. Dann kann ich ja was abdrücken. Hab neun Wasser. Ich hab hier noch so. Okay. Okay. Ich bin mittlerweile bei... Ich hab schon neu, schon durch, schon durch. Achso, okay, okay, okay. Schibeli, schibeli. Ich bin über die Toilette rein. Verdammt. Ich bin über die Toilette rein. Oh, ich hab noch ne Treasure Map hier. The Treasure, Treasure. Super. Treasure Map. Oh, zähnisch. Sollen wir durch hier, oder was? Ja, eigentlich schon, ne? Wow, da ist mein Treasure Map. Okay. Und lilaner, äh, Transportkopf fürs Moped. Transportkopf für... Wow. Mitnehmen. Hab ich. Nee, brauchst du eigentlich nicht mehr, weil lilaner ist eigentlich auch egal. Ist ja nur ein Transportkopf, aber eigentlich... Der macht ja nicht... Wirkt er sich nicht insgesamt aufs Moped aus? Das ist ne... Die Moped-Quality steigt doch insgesamt, oder? Mut, Mut, Mut. Weckschaffung. Irgendwann ist mit mir. Nur mal nötig. Die fügt mir zu Ende. Oh, so. Ohne Takt des Autoschraubens. Ja. Hab grad gedacht so. Die Max. Hier ist ein Car-Battery am Boden. Definitiv mitnehmen. Bitte, bitte, bitte. Ist drinne. Ist drinne. Ist nur die Straße weiter. Ich hab jetzt hier immer ausgerufen und war auf dem Dach. Da war nischt. Nein, nein, nein. Ah, spitze, spitze. Wo denn? Können wir schon mal eins von mir. Was machst du denn jetzt an dem Diener? Du baust die Hütte aus? Ich baue meine Hütte, ja. Nein, aber nicht. Wo ist denn die Pater-Sinn? Ah, Mann. Die Saninia. Hm? Wo? Pater-Sinn. Ist schon lange eingesammelt. Willst du die U-120? Gebe ich dir was? Klar, selbstverständlich. Ein Platz für mich frei wieder. Was? War das jetzt mein? Mach mal ins Birdness, bitte. Oh, hier liegt's doch, komm. Mach mal ins Birdness, die armen Vögel. Alles eingelassen. Das ist Blue Banana. Hier ist Small Stone. Ich seh's nicht. Hier. Ich zeig immer einen anderen. Ja, da. Okay, warte. Komm her, komm. Hast du eigentlich Badon angesetzt, bevor wir los sind? Selbstverständlich. Hast du den Blügeleisen ausgemacht? Komm jetzt. Nia ist voll, komm. Der Müller. Mit seiner scheiß Blaschlein. Hältst du mich an? Hier, ich hab übrigens hier Slug-Munition geladen, ja? Der Killer unter den Killern. Das schießt du? Killer? Das ist sozusagen das SARS unter den... Ähm... Dings. Verstehe. Und unbedingt Federn, ne? Federn, wir brauchen Federn. Ach, guck mal, was der sich hat dir schicken lassen. Sword of Shotgun. Darf man sowas schicken? Ist ja die wichtigste Waffe in dem Spiel. Verschicken. Darf man sowas verschicken? Amerika darfst du mit dem alles verschicken. Shotgun ist doch Schrott hier, oder? Ja. Das ist doch eigentlich die schrottigste Waffe. Kommt jetzt wahrscheinlich aufs Level an, aber... Ja, ja. Grundlegend ist das Ding auch echt... Ist da schon ziemlich nah ran. Kannst auch boxen. Ich mein, Fleisch haben wir kann das. Hast du gesehen? Gleich haben wir kann das. Ich weiß nicht, aber ich soll eigentlich... Immer nur am Scheiße looten. Mein Lieblings-Robbie Williams-Song. Wie ist der jetzt oute? Der hat auch lange nichts mehr gemacht, ja? Der ist doch jetzt mehrfach Papa geworden. Geht ja gar nicht. Mehrfach? Ja, ja. Oh, guck mal, ich werde mal ein Blueberry Pie essen, obwohl ich da eigentlich eine schlechte Erfahrung mitgemacht habe. Kannst du dir einen Kuchen geben? Wird sein Kuchen? Der war aktuell damals, als ich Seren Liberty kennengelernt habe. What? Echt? Da war Angel oder Art oder... 2000 rum. Shotgun ist da. Wir sind schon ganze 16 Jahre zusammen. Oh mein Gott. Ja, krass, ne? Geht nicht. Krass, scheiße. Krass, scheiße. Das ist noch Liebe wie am ersten Tag. Krass, scheiße. Hol mich raus hier. Ja. Gleich schon machst du einen Schlaganfall, oder? Ja. Ich hab uns da ein paar Ramps hingebaut. Alter, was? Ich bin dafür, dass wir jetzt hart südwestlich gehen und einfach mal wieder nach Hause, weil ich muss mal mein Inventar ausleeren. Ja, mir geht's auch nicht so gut. 22 Grad. Außerdem fangen wir an langsam zu überhitzen, zu überdrehen. Wir reden nur noch Mist. Ja, ist in dieser Fall Gemeinerung. Wir. Was soll was? Was? Shit. Ich muss eine Banane anziehen. Äh, Bandana. Oh, Bulle. Eine Banane. Siehst du, wir müssen weg. Das bringt nichts. Ihr geht uns nicht gut, der Teig euch jetzt auch. Der Teig euch jetzt auch. Wolltet ja nicht auf mich, ja. Ähm, falsche Richtung, gell? Wir müssen an die Straße hier Richtung... Ja. Nordwesten. Nordwesten. Frag mich. Schwart hier vorne. Ah, der ist direkt gestorben, so ja. Das ist ja mal ein juter Crawler. Crawler nach der Hälfte. Wollt schon, als ich will. Nächste Crawler. Ich zieh meinen Cowboy-Hut an. Ich hab keine Ahnung, ob das richtig ist, aber ich... Also, da du es gebaut hast, würde ich sagen, ja. Meinst du? Natürlich. Nee, genau nicht. Ist doch klar. Natürlich. Die Ecke ist falsch gesetzt, verdammt. Federn sammeln, ne? Federn sammeln. Juhu. Wie viel hab ich denn überhaupt schon? 53. Guck mal, Federn. Recipes. Oh, krass. Ich hab alle Fragments hier. Ähm, gehen wir straight nach Hause, weil wir haben 19,25. Ja, wir gehen straight nach Hause. Oh, TD. Federn sammeln. Das, ja. War ich schon mal ein Bier? Alkohol? Nö, ist schon okay. Was? Du lehnst ab. Braucht das nicht mehr? Nein, ich kann auch ohne, also... Ich lauf mal ganz hart in die falsche Richtung, Alter. Aber richtig hart. Gibt's ein Bier vielleicht? Ja. Könntest du es bringen? Gibt's eine Lieferung? Stimmt, ich kann mir mal ein Bier reinziehen. Lieferzermis. Service. Wo ist er denn? Hinter dem Berg auch noch? Nein, du musst dich bringen. Ach, das war ein Spaß. Rette dich, wer kann. Rette mich, wer kann. Rette mich, wer kann. Ist noch ein Haus, nehmen wir es mit? Oder ich nehme zumindest das Auto mit, wa? Oh, nee. Ist auch ein Nest. Ist auch ein Nest. Da muss ich zu Hause erstmal wieder Pfeile ansetzen. Pfeilspitzen. Ja. Dann Powderhike. Wie viel? Oh, nicht viel. Was ist das hier? Fehlt noch. Shit, meine Ranch ist kaputt. Ich habe mir einfach eine Höhle bauen. Ich kann weitermachen. Ich könnte es reparieren. Ich habe aber kein Eisenball. Ich habe eine Nase. Ups. Nur bei die glühenden Kohlen hier, ey. Ich glaube, jetzt mit dem Beer Rush Buff laufe ich jetzt direkt nach Hause. Der ist auch lang besoffen, ey. Ja, das macht das Spiel halt Spaß, ne? Kannst halt immer. Ja. Kann er auch nicht mehr ohne. Kannst du ja ein Missspiel auch vertragen. Ja, wenn du das auch vertragen kannst. Kannst du dir ja ein Vertrag. Ja, nach Hause. Vertragen. Ui. Ich bin gespannt, wie viel Fehler ich habe, wenn ich zu Hause bin. 20.27 Uhr. Nicht mehr lang. Mach mal. Und hier können. Eigentlich mal ein bisschen. Vielleicht. Ganz vielleicht. Ja, es gibt ja einen Mod. Hühnerzüchten. Ja. Habe ich gehört. Hast du überlegt, ne? Sowas sollen sie übernehmen. Also, die haben ja, ich meine, ja mal Ackerbau in dem Sinne schon drin. Da können sie auch Tierzucht mit reinnehmen. Ein Zuchtmob. Äh. Wäre doch ne Idee. Dann kannst du dir so einen Zuchthahn craften. Hm? So ein Kampfgockel. Dann kannst du dann gegen die Zombies losschicken. Ja, das wäre lustig. Dann bist du eine Art Pokémon, ist das denn? Oh Gott. Jetzt haben die so lachen. So, wie weit ist noch? Trainier ihn. So, warum haben wir ein Moppet-Teile drin eigentlich? Äh. Ich sehe es schon. Okay. Wir brauchen mehr Papadessium. Mia, was ist eigentlich mit deiner Hülle? Ist da eigentlich noch aktuell? Jetzt haben wir keinen, haben wir kein Dings gefunden drin. Na, wir sind ja nicht tief. Wir können es gerne probieren. Ja. Aber so, so wirklich war das nicht. Pistol-Crap da rein. Gut, hier sieht es auch gut aus. Oh. Ja, wir können ja mal gucken. Ja, wir können ja mal gucken. Wir sind ja mittlerweile noch live. Ich meine, da unten wird uns keiner stören. Beim Kuscheln in der Höhle. Ach, das ist doch hier doof. Echt jetzt. Ach, das ist immer drin in der Höhle. Zombie im Haus. Komm ich gar nicht rüber? Oh, da war noch ein Nest. Ja, hatten wir überhaupt was gefunden? Wir hatten ja noch gar nichts gefunden in der Höhle, ne? Oh Gott, das war... I'm bleeding out. Ich habe mir direkt geschnitten, oder was? Ist das so richtig? Ja, so ist es richtig, so ist es richtig. Ich habe mir beim... Beim Springen über die Spitzen habe ich mich hier geschnitten. Mhm. Hier geschnitten. Was meinst du, was den Sinn macht? So einzelne Gänge in eine Richtung buddeln, um zu gucken, ob man was findet? Ja, auf jeden Fall. Tiefer oder... Minecraft ist ja, wo ich buddeln müsste. Keine Ahnung. Du meinst jetzt von der Tiefe her, ja. Tiefer von der Tiefe, ja. Du meinst die Tiefe. Tiffany. Ja, ich mach. Mach einfach mal 70 Bullets. Das ist gut. Dann mach ich mal Bullet Casing noch. Kann ich nicht mehr. Ein Bohrer wäre super, ne? You're kidding me. Brasshack drin. Nee. Bohrer wäre super, ja. Ah, doch, kann ich da. Haben wir schon Kaliber? Haben wir, ne? Irgendwo hatten wir einen Kaliber. Kaliber. Boah, wir haben 96,94 Gaskenne habe ich gewonnen. Krass. Ich glaube 2000 in der Tasche. Echt? Mhm. 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 Ich hab mir auch bei den ganzen Gläser mitgenommen und noch mehr mitgebracht wieder. Ja, ich auch. Ich hab die Gläser mitgenommen, die leeren die Sympathie. Ja, nee. Nee, ich hatte irgendwie 15 mitgenommen und dann komm mit 23 Minuten. Oh, okay. Brauch mich mal. Ich weiß nicht, wie geht. Komm mal rüber. Benutz mal den Kaliber. Wir hätten hier Scheiße reingemacht und der... Macht hier niemand so'n Quatsch. Ich versteh's nicht. Ich wollte... Minias bestimmt. Ich würde schätzen, Minias war. Mhm. Oh, ja, ich hab auch wieder leere Gläser mehr. Wenn ich aus mit Essen, Trinken bin. Guck mal, hier kriegt ihr noch... Hier haben wir einen Kaliber. Yes, indeed. Was willst du damit machen? Bullet Casings. Möchte ich gerne machen. Mach ich jetzt auch. Ich mach mich schon mal an die Verbindungsgänge zu unseren verschiedenen Basen, also zwischen unseren verschiedenen Häusern. Mach ich mal. Kläber. Kann es sein, dass viel weniger Höhlen jetzt drin sind in dem Spiel? Also in Nevis Gain definitiv weniger, ist klar. Ähm, ich wüsste aber von hier aus, glaube ich, so, ja, nee, ist es nicht. Guck mal, nicht so klein. Nee, vielleicht. Ja, klar. Guck mal, in diese Blei. Ich sollte mal hier, ich sollte mal hier ein bisschen aussortieren. Bisschen rumscrabben. Bisschen das ganze graue Zeug wegscrabben. Ja, ich sage, wir sind am Ende einer Folge von Seven Days to Die. Mal schauen, ob wir heute noch eine Folge machen. Eigentlich haben wir schon relativ spät. Das heißt, es könnte sehr gut sein, dass es die letzte Folge dieser Aufnahmesession ist. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Und das schon am Montag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Voll die Motivation. Bis dahin. Ciao.